Ja, die Leute sind weg, der Kuchen ist gebacken, was bleibt noch zu sagen? Ich kann nur sagen, kommt hierher, erlebt die Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft, die Freude, das ist einfach das Schöne am Backen. Hier lernt ihr es, ihr könnt ja selber euer Backkönnen unter Beweis stellen, uns allen anderen was beibringen. Helft mit, dass die Mitbackstube lebt, am Leben bleibt, nicht nur heute, sondern über die Jahre. Aber wenn ihr Bücher habt, Gegenstände, Backgegenstände, irgendwas, was hier reinpasst, bringt das mit. Helft damit, hier Leben reinzubringen. Es ist eure Mitbackstube, es ist meine, es ist unsere Mitbackstube. Lassen wir sie leben. Ich danke euch und euch einen schönen Tag.